So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und es ist so brechheiß. Ich war heute schon mal draußen, hab direkt Kopfschmerzen bekommen, jetzt hab ich gedacht, ich hab Bock auf was Kühles zu trinken, möchte mal diese zwei Dosen hier testen, setz mich hier raus, da war eine Wolke, es war perfekt. Kurz bevor ich auf Play drücke, ist die Wolke weg, sieht auch nicht so aus, als würde eine neue Wolke kommen. Jetzt knallt die Sonne hier drauf, ich hab schon wieder Kopfschmerzen, es ist einfach richtig abartig. Ich hab aber trotzdem Bock das zu trinken, das zu testen, deswegen mach ich das jetzt einfach mal, zieh's mal durch, wenn's nicht gut aussieht, lade ich's halt nicht hoch, kaufe ich's mir halt nochmal. Ich halte's mal kurz fürs Thumbnail hoch, dass ihr seht was das ist. Jetzt stellen wir's wieder ab und dann haben wir hier einmal Limited Edition Weltins V Plus Apple, mit echten Fruchtsaft, 5,0% und auf der anderen Seite haben wir dieses Weltins V Plus Spritz Bitter Orange. Jetzt bin ich natürlich direkt verwirrt, weil meiner Meinung nach gab's ja schon immer Apple von Weltins V Plus. Wenn ihr Weltins V Plus Fan seid, wisst ihr das bestimmt, ich sag, es gab früher schon immer auch in Sixpacks, Weltins V Plus, Apple, das hat halt ein anderes Etikett ein bisschen gehabt. Vielleicht ist neu, dass es das jetzt in der Dose gibt, vielleicht ist neu, dass das jetzt 5,0% hat, weil es sonst immer nur 2,5% hat, aber an sich ist Apple Limited Edition für mich ein bisschen fail, weil die meisten Leute jetzt sagen, guck mal Apple, das hab ich ja noch nie gesehen, obwohl Apple damals was ganz Normales war. Was hingegen neu ist, wo auch neu dran steht, Spritz, V Plus Spritz, das möchte ich jetzt beides mal hier einschenken. Machen wir das Apple auf. Das klingt auf jeden Fall gut, haben wir auch ein Bier-Tasting-Glas, da füllen wir das jetzt rein. Das sieht herrlich aus, frisch aus dem Kühlschrank, schmeckt bestimmt trotzdem wieder brech süß, knallen wir mal hier hin, V Plus Apple rumdrehen, dass ihr das seht. Sieht ein bisschen aus wie Bier, riecht nach Apfelschnüren, nach Apfelringen, nach sauren Apfelringen, irgendwas. Ja, früher hat man das vielleicht gern getrunken, so als Jugendlicher, weil richtiges Bier war einem zu herb oder zu bitter, aber das weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt, wie es jetzt schmeckt. Ja, schmeckt gerade ein bisschen kühl, angenehm, aber dieser extreme, saure, apfelartige Geschmack, der mit einer Süße trotzdem nachherkommt, finde ich, weiß ich nicht, total unangenehm. Würde ich so mittlerweile jetzt auch nicht nochmal kaufen, also das können die Jugendlichen trinken jetzt. Wir bleiben dann lieber bei dem änglichen Gammelbier, auch wenn das 5% hat und ich total wegnall. Kommen wir mal zum zweiten, nämlich zum V Plus Spritz. Was ja ein bisschen bitterorange Geschmack haben soll, da bin ich mal gespannt, wenn das eine sauer war und total süß und das jetzt hier bitter ist. Das riecht auf jeden Fall schön fruchtig, limonadisch, frisch, wie ein schöner Grapefruit-Saft, ja. Hauen wir uns das mal hier rein. Hat eine sehr schöne, orangene, richtig kräftig orangene, goldig-bronsene Farbe. Also das vermischt ja wirklich alle Farben in einem. Guckt mal, wie schön das aussieht. Ich weiß nicht, ob man das bei euch so sieht. Hier kommt ja jetzt die Sonne durch. Ob das jetzt auf dem Bild so schön aussieht, weiß ich nicht, aber das hat eine sehr coole, kräftige, orangene Farbe. Ein bisschen dunkel auch gehalten, sieht aus wie Blutorange. Biermischgetränk aus 80% Bier und 20% Erfrischungsgetränk mit bitterorange Geschmack. Deswegen hat es auch 5,0%. Hier, selbes Verhältnis auch bei Apfel, 80% Bier. Ich glaube, früher haben die immer 50-50 gemacht, deswegen hat er das weniger. Probieren wir mal, V-Plus Spritz. Das schmeckt nicht ganz so süß. Das Bittere merke ich gerade auch gar nicht. Also, schmeckt ein bisschen nach Orange, ein bisschen weihnachtlich auf einmal. Bitter Spritz, weiß nicht. Ist für mich auf jeden Fall angenehmer zu trinken, aber irgendwie ist da auch was drin, was stört, was ich also jetzt auch nicht nochmal brauche, unbedingt mir auch nicht nochmal kaufen müsste. Ich probiere einfach nochmal. Also besser als Apple in dem Moment, aber trotzdem nix, was ich brauche oder was ich nochmal trinken muss. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal rein. Apple, ist das jetzt nun neu? Ist das nun alt? Veräppeln sie da wieder die Leute, müsste man sagen. Und habt ihr das Spritz schon mal probiert, dann schreibt es rein. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out for out, euer Ramses. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.